NRW ist ein Land der Vielfalt. Das ist unsere Stärke, das ist sogar unser Glück. Diese Vielfalt wird an ganz unterschiedlichen Orten gelebt. Zum Beispiel in der Wirtschaft, im sozialen Miteinander, in Sport oder Kultur. Der Sven und ich waren unterwegs und haben uns diese Vielfalt mal im echten Leben angeguckt. Seit knapp zwei Jahren spielen in der dritten Fußballmannschaft der DJK-Torturnia Ehrenfeld Flüchtlinge aus 15 Staaten. Vielfalt heißt für uns, wenn Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenkommen, um gemeinsam am Fußball Spaß zu haben. Hier am Althof Schopmann leben und arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Handicaps und leisten damit einen Beitrag für das Dorf und die Region. Vielfalt heißt für uns, dass alle Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Professionen einen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander leisten können. Nordrhein-Westfalen ist bunt und vielfältig. Jeden Tag arbeiten engagierte Menschen in Unternehmen, in Sportvereinen, in Kultureinrichtungen, Initiativen dafür, dass alle Menschen hier willkommen sind, dass alle Menschen hier gleiche Chancen haben, gleiche Rechte haben. Und das macht unser Land stark und vielfältig und wir Grüne werden auch in Zukunft politisch genau diese Arbeit unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Vielen Dank.